Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Bild links, es ist nur ein Fehler eingebaut, dann dürfen Sie mich anrufen, wenn Sie mir die richtige Lösung sagen, gehören Ihnen 800 Euro. So viel Geld, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal beim Quizbreak morgens so viel Kohle auf einmal hatten. Aber das ist heute eben so und deswegen sollten Sie Ihre Chance nutzen unter der 01379, dreimal der 4, dreimal der 7. Schauen Sie mal genau hin, das Gesicht können Sie mal ausblenden, da haben wir diesmal nichts verändert, Augen noch dran, alles. Aber es gibt etwas, was ein Unterschied ist zum Bild links im Bild rechts. Wenn Sie mir den Fehler benennen können, Sie können auch sagen, im linken Bild ist was anderes, egal, ich muss nur genau wissen, wo oder was, liebe Zuschauer, damit ich Ihnen die 800 Euro geben kann. So, jede Sekunde kann es soweit sein, liebe Zuschauer, Sie wissen ja, es ist hier nicht viel Zeit am frühen Morgen, um an das Geld zu gelangen, aber es reicht immer noch aus, um sich jetzt vielleicht einzuwählen. SMS können Sie schreiben an 3x4, 3x7, wenn Sie wollen, auf direktem Telefonanruf geht es vielleicht sogar noch einen Ticken-Zacken-Giger, ich weiß es nicht, gleiche Chance in jedem Fall. Aber die 01379, 3x4, 3x7 bringt Sie vielleicht leicht zu 800 Euro und wir werden eine finale Uhr einblenden. Das ist dann wirklich die letzte Zeit, die Sie noch haben, um Ihren Telefonhörer sich zu schnappen und möglicherweise im richtigen Moment hier zu sein. Wichtig ist, dass Sie einen Unterschied bemerkt haben, dass im rechten Bild etwas anders ist als im linken. Deswegen aufpassen, liebe Zuschauer, damit Sie hier also ganz genau auch sehen, wo was ist, nicht, dass Sie mir sagen, ja, ja, ich habe da was am Schlittschuh gesehen, da ist gar nichts, liebe Zuschauer. Und wenn Sie das sagen, Ihre erste Antwort zählt, deswegen aufpassen. Da ist die finale Uhr, innerhalb dieser Minute steht der Gewinner fest, das sage ich ganz, ganz ehrlich, weil danach geht es weiter mit Melke mittendrin, liebe Zuschauer. Innerhalb der nächsten 50 Sekunden wird jemand ermittelt worden sein, deswegen sollten Sie jetzt zum Telefonhörer greifen. Und wenn Sie denn Lust haben, vielleicht 800 Euro hier eigen zu nennen, das ist richtig viel Geld in den nächsten Tagen schon bei Ihnen auf dem Konto. 0, 1, 3, 7, 9, dreimal die 4, dreimal die 7, im richtigen Moment hier sein und nur noch 34 Sekunden, liebe Zuschauer. Das ist absolut die letzte finale Uhr, danach geht es keine Sekunde weiter, sondern nur noch mit Melke mittendrin und Sie haben noch 25 Sekunden. Jetzt sollten Sie wirklich zum Telefon gehen und mitspielen, weil das ist die allerletzte Chance. Ich höre dann ganz schnell Ihren Fehler, sagen Sie mir bitte nur die Lösung, also den Fehler im Bild. 15 Sekunden nur. Ich frage nur nach Ihrer Lösung und dann als herzlichen Glückwunsch. Wenn es nicht mehr rechtzeitig passiert, dann wird der Gewinner auf jeden Fall auch hinter den Kulissen gemacht. Aber jetzt wird es wohl klingeln. In 6, 5, 4. Ihre Lösung, wo ist der Fehler? Schönen guten Morgen. Äh, ui. Und zwar am Schläger, das Ende ist nicht klar. Natürlich, herzlichen Glückwunsch, 800 Euro. Am Telefon bleiben. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag allen. Der neue Serienhit.